Heute möchten wir euch ganz herzlich gratulieren und euch ein herzliches Danke aussprechen dafür, dass ihr das erste 100%ige Kugler-Kundinnen-Modell für uns kreiert habt. Im Oktober letzten Jahres kam ganz oft die Bitte, dass ihr euch einen Bärnton wünscht. Tatsächlich gab es noch nie einen Bärnton bei uns und wir sind eurem Wunsch nachgegangen. Es gab damals eine kleine Umfrage, wo ihr uns tatkräftig unterstützt habt und aus fünf verschiedenen Bärntönen euren Favorit, nämlich genau den hier, ausgewählt habt. Und dann haben wir auf Instagram in einem zweiten Schritt die zweite Farbe gemeinsam mit euch entschieden. Wir haben euch, glaube ich, drei verschiedene hellrosa Töne vorgeschlagen und ganz eindeutig war das eure Favorite-Kombination. Insofern möchten wir euch heute euer Hello Berry präsentieren. Hello Berry kommt aus Italien, also der Stoff kommt aus Italien. Gefertigt wird, wie ihr wisst, jedes Kugler in Österreich, bei uns direkt vor Ort. In diesem Fall gibt es die Kugler-Standard-Variante von Kleidergröße 36 bis 42 und auch die Kugler-Plus-Variante von Kleidergröße 40 bis Kleidergröße 50. Beide Modelle kommen mit einem extra für euch angefertigten und gematchten Clip in 35 mm. Wir freuen uns megamäßig, dass wir das für euch jetzt wirklich wahr machen konnten und dass wir erstmaligst in der Geschichte nicht nur einen Bärnton rausbringen, sondern dass wir euch wirklich gemeinsam mit euch ein echtes 100% Kundenkugler rausbringen können. Habe ich schon gesagt, der Stoff ist aus 47% Baumwolle, der Rest ist Polyamid und Elastan. Es ist ein zweiseitiger Stoff. Die dunkle Seite, die Berry-Seite ist ganz schön weich und geschmeidig und sehr griffig. Die Innenseite ist die Baumwollseite. Die ist so ein bisschen wie ein Jersey-Stoff, so würde ich ihn beschreiben. Die Naht ist hellrosa, passend zum Clip. Und ich zeige euch jetzt auch noch, welche Clips wir finden, das mega gut dazu passen. Und zwar haben wir uns für euch überlegt, diese drei lila und rosa Töne. Einige von euch haben die schon, sind ziemlich blitzig und cool dazu. Schaut es mal. Cool, oder? Perfekt für den Sommer. Dann, was wir auch mega cool finden und schon viele von euch haben, richtig cool ist auch ein bisschen was ruhigeres, nämlich hellgrau und dunkelgrau dazu. Seht ihr? Voll cool. Und dann haben wir auch noch so ein bisschen erdige Töne. Und zwar unser Vanille, unser Beige Ton und Olivgrün. Die zeige ich euch auch noch schnell. Kann man auch super cool kombinieren. Ich weiß nicht, ob ihr seht, ich habe jetzt so eine Hose an. Das in Kombi ist eigentlich auch, wird halt ein bisschen ruhiger dann. Und die haben auch schon viele von euch zu Hause. Und zu guter Letzt, wer es wirklich farbenfroh und ein bisschen bunt mag, der könnte es auch noch mit unseren Blautönen kombinieren. Also türkis. Und das ist mittelblau, 35mm Clip. Genau. Den Berry Clip, also diesen Fuchsia Clip, wird es auch entlang geben. In 90mm, das wollte ich euch noch sagen. Jo, in diesem Sinne, wir haben hoffentlich wirklich genügend Stück für euch auf Lager. Natürlich ist es immer relativ schwierig zu prognostizieren, wie viel wir sozusagen für euch bereitstellen. Aber wir haben, weil es eben ein Kundenprodukt ist und weil der Wunsch so groß war, endlich ein Bärenprodukt rauszubringen und wir das noch nie hatten, jo, haben wir ein bisschen noch höher geschraubt. Und ich bin ziemlich überzeugt davon, dass jeder, der eins haben will, wird auch eins kriegen. Ja, insofern hoffe ich, dass jetzt bald echt der Sommer kommt. Danke für eure Anteilnahme und Teilnahme bei diesem gesamten Prozess. Ich zeige euch nochmal kurz von hinten. Ich habe da so eine schöne Falte gelegt. Und ich freue mich schon auf eure Looks und auf euer Feedback zu dem Produkt. Alles Gute. Bye, bye.